heute zeige ich meine erste eigenes geile hat die ich gebaut habe dazu wochen wird trex kobold also link zu mir unter der schreibung einen trailer gestellt dem ich jetzt gleich zeigen aber vorbereitet dann kann es feedback momentan allgemein auf jeden video fast über 1000 like also eigentlich über 1000 likes freut mich mega und ihr könnt gerne bei der puzzle werfen da lassen wenn euch der trailer gefällt und ihr echt mehr wollt dass ich mehr skybox maps baue und ich würde sagen ich zeige euch jetzt erst mal den trailer und danach spielen wir ein bisschen weiter da da Bis zum nächsten Mal. 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 ja ja es ist unglaublich alter dieser typ ist nur er geht nur auf mich er geht nur auf mich das ist unglaublich der schwitzt richtig aber wir können jetzt auch mal ganz gut sind wird schon sicher kein team ich halte mich dort mal raus ja was ist denn dass man ist ich bin richtig komisch richtig lächerlich vielleicht habe ich da ein bisschen schlechteren staff aber trotzdem ist natürlich mit dem wasser full iron so und jetzt können wir den sicherlich nicht klären dann aber egal ob wir sagen wir noch eine runde hinten dran ja nice er eskaliert der chat förmlich so spring geht ich nicht mir jetzt einfach mal wieder ist nicht so meine wenn ich da ehrlich bin weil einfach diese map ist mir ein bisschen zu groß eigentlich die neuen beiden sky was im kurs gibt es nicht so sexy wenn ich ehrlich bin weil ich mir halt wie gesagt ein bisschen zu groß net für eine sky was für eine kurs gab ich will zu viel sky was leute ich spiele wenn ich auch nicht so viel sky was sonst spricht meistens die aber na ja wie gesagt heute ist halt richtig wichtig dass ihr das feedback in die kommentare zu dieser map weil es ist jetzt quasi meine erste ich habe noch eine gebäude wenn ihr mal sehen wollt schreibt mir gerne mal diese kommentare rein weil ich habe noch eingebaut ist jetzt noch nicht so geil wie die andere also wie die jetzt aber sie ist auch solide wie ich finde kann man sich gut geben und wäre bestimmt eine sexy mehr wo man drauf spielen könnte sonst haben wir oh gott oh gott oh gott oh gott leute ich muss weg muss weg ich hatte nämlich keine waffe ich habe eine waffe perfekte 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 da komme ich mir der erste boy dem geben wir gute hits der haben wir den haben wir genau der normal schönes und der hat nicht mal so man dem geben wir gut nice anderthalb herzen haben jetzt noch aber die haben wir richtig gut gegeben leute wir essen jetzt am besten noch mal direkt direkt weg direkt weg direkt weg okay wir haben jetzt eigentlich relativ soliden darf wenn man das so sagen darf das auch mal aus prinzip ein tnt weil der typ geht natürlich gerade nur auf uns aber der ist schlecht der ist schlecht es ist doch der kandidat den wir gerade immer fight jacket runter gehauen haben den kennen wir doch noch den boy der will hier rachen ja ich bin ich so mal genickt sollte nicht wissen dass ich das jetzt bin nice geben ihm halt auch keine hits jetzt gerade so ne das ist klar ich bin auf soliden einem herzen nein weg 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 wecken so dass man auf dem heutigen video bei der skala wirklich mega impuls wir werden freuen ist auch wenn sie ein bisschen so an kat war es jetzt so gewöhnt von bleibt aber ich habe momentan einfach ein bisschen prüfung stress ich muss lernen ohne ende und versagen was wir uns direkt beim nächsten video mal wieder und wie gesagt haut rein ciao